Und ich gehe überall, wo wir ja hin müssen. Ich bin schon nur im gleichen Outfit rum, weil ich finde es einfach so mega geil, was wir da gemacht haben. Hey meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie gesagt, im letzten Video das hochladen und dann direkt erstmal den PC reparieren. Denn, ähm, ja ich nehme immer noch im Voraus auf, aber, oh, Intro mit Logo, das sah ja jetzt sehr interessant aus. Nur, ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, das ist jetzt das letzte Video, was ich jetzt hier vorproduziere. Die restlichen Videos werde ich dann im Hauptmenü da so raus her starten. Und, ja, ich bin extrem müde und keine Ahnung, wer das ist, der möchte mit mir ins Kino, der können wir gerne mal annehmen. Und wir gehen jetzt einfach ins Kino mit dem. Das ist doch sehr gut. Und, und ich gehe überall, wo wir ja hin müssen. Ich bin schon nur im gleichen Outfit rum, weil ich finde es einfach so mega geil, was wir da gemacht haben. Und immer noch ein Glanz, Entschuldigung, für das Hintergrundgeräusche, sonstiges. Und, die da hinten gefällt mir. Ach, die kennen wir doch schon. Unsere Liliana. Also, ich glaube, reden wir doch ein bisschen mit dir. Also, ich glaube, reden bringt gerade gar nichts mit dir. Ihr schreibt euch gar nichts. Okay, ich spreche es lieber ab. Die ist betrunken. Ich muss die Kamera nicht ins Bild drehen. Oh Gott, es regnet. Ich versuche aber auch heute mal, das Video etwas kürzer zu halten, denn, wie gesagt, ich bin gerade im Vorproduzierung und wir haben nach 11 Uhr, ich bin müde, ich habe morgen Schule. Und, ähm, das kann ich auf keinen Fall zulassen. Und, ja. Wie schon im, keine Ahnung, welchem Video angekündigt, man kann sich hier alleine hinsetzen, z.B. hier neben den Typen, zeige ich euch mal. Dann kommt der andere. Und setzt sich z.B. da hin. Und ich sitze jetzt einfach nicht neben ihm. Wir können dann hier mit diesem Hörf ein Gespräch anfangen. Ist eigentlich sehr lustig, dass man so im Kino sich unterhält. Sollte man normalerweise nicht, aber manse ja halt. Und man könnte die ja jetzt so in Ruhe weiterschwätzen lassen, so lange der Kino ja geht. Und da drauf habe ich keinen Bock, denn ich möchte direkt auch hier verschwinden. So. Ich bin immer noch, wie gesagt, extrem müde. Ich kann euch ja noch kurz die Uhrzeit nennen. Wir haben halb null, also 23.30 Uhr. Keine Ahnung, wie viel das Video mittlerweile schon. Ich bin gerade nur am früh produzieren. Ich habe keine Ahnung mehr mittlerweile, wie viel Uhr. Deswegen. Ich werde jetzt schon krank. So kalt ist es mir. Denn in der letzten Folge habe ich ja auch gesagt, dass ich hier einfach ohne T-Shirt und ohne Pulli oder sonstiges sitze. Und mir einfach nur arschkalt ist. Aber egal. Es ist also auf jeden Fall hochprofessionell geschnitten. Aber man kann es sich wirklich leider nicht anschauen. Wäre lustig gewesen. Aber na ja. Video hochladen. Und ja, Leute. Heute doch etwas extrem kürzeres Video. Ich bin nur noch Normalerweise gehen ja meine Videos immer so 15 Minuten lang. Oder ein paar Sekunden immer mehr. Aber heute wird es nur halb so lang. Also 7,5 Minuten ungefähr. Denn ich bin extrem müde. Ich muss die Videos noch schneiden und sonstiges. Und ich muss mich mal inlegen. Ich bin nur noch mich an Tod gähne. Und ja, Leute. Bevor ich hier wirklich gleich liege und gar nichts mehr machen kann, lege ich mich jetzt einfach direkt ins Bett. Und es nochmal ist zu mir sehr leid. Aber dafür wird das nächste Video sagen wir mal 20 Minuten lang. Okay. Dann wie gesagt es war es vom heutigen Video. Ich bin extrem müde. Ich leg mich jetzt auch direkt hin. Mit dem Editieren ich stehe einfach morgen um 5 auf. Heißt 5 Stunden schlaf. Das reicht vollkommen für mich. Und ja. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Wird mich freuen, wenn du dabei bist. Schau dann auf jeden Fall mal die Playlist an zu den restlichen Videos. Hau rein. Tschüss y'all.